So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Es ist 3 Uhr nachts, nee es ist 3 Uhr 14, um 5 muss ich nach Thema fahren. Ich habe mir jetzt die halbe Nacht um die Ohren geschlagen, weil ich wollte, dass dieses Video noch am Freitag mit raus geht. Ich dachte erst, das wäre ein riesengroßes langes Video, denn das Thema ist, diese Shinies fehlen mir noch. Jetzt habe ich das bei den Hunder dann so gemacht, ich bin einfach, habe 100 eingegeben, nee, habe Hundo eingegeben, habe 4 Sternchen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall die 100%igen Pokémon, wir haben die im Hundo Dex uns angeguckt, also im Perfekt Dex, im Pokédex, den man nach Perfekt ordnen kann. Aber das hat ja gar nicht gepasst, das hat ja von und hinten nicht gestimmt, zwischendurch habt ihr dann gesehen, da ist was ausgelassen, da wurde was nicht angezeigt, hin und her. Das war ein bisschen unübersichtlich, das kannst du so gar nicht machen. Während ich geguckt habe, was wir haben, was wir nicht haben, habe ich bei denen, die ich nicht als Hunderter habe, ja gezeigt, was die Besten sind, die ich habe. Sprich, wenn ich jetzt kein Ho-Oh als Hunderter hatte, habe ich geguckt, was das beste Ho-Oh ist, was ich habe. Ein 98er zum Beispiel, wunderbar, habe also kein Hunderter, habe ein 98er. Jetzt siehst du ja, mach das Ganze doch mal mit Shinies, das hat der Tobi ja vorgeschlagen, mach das Ganze mal mit Shinies. Ähm, nicht, welche Shinies du alle hast, sondern, welche Shinies du nicht hast, weil das ja dann viel kürzer ist. Er hat mir auch als Hilfe die Seite hier von seribi.net gegeben, wo auch der Fan-Made Tim immer sein ganzes Zeugs herholt. Und hier ist eigentlich auch so gut wie alles aufgelistet, obwohl ich sagen muss, die Liste stimmt auch nicht ganz. Ich habe schon einen Versuch gestartet mit diesem Video, da habe ich mein Handy eingeblendet, die Liste gehabt, bin auf Shinies gegangen und bin Stück für Stück in der Großansicht durchgescrollt. Musste dann hier immer gucken. Das Problem ist, leider ist das zwar hier so geordnet, aber die Reihenfolge im Pokedex ist trotzdem ein bisschen anders. Das ist ein Kostüm, ist hier an dritter Stelle, ist im Pokedex aber an erster Stelle, was jetzt bei Bisasam noch nicht so wild ist, wenn es nur drei Kostüme gibt. Wenn dann aber Pikachu kommt und das sind einfach 50 Kostüme, die alle komplett random angeordnet sind, kannst du es mit dieser Liste gar nicht wirklich vergleichen. Und dann ist mir auch aufgefallen, ich habe ein kostümiertes Pikachu, das ist hier in der Liste gar nicht mehr drin. Das ist hier gar nicht aufgelistet, das heißt, diese Liste von SerieB.net ist unvollständig. Müsste man gleich mal hinschreiben und sagen, ey, da fehlt was, dann könnt ihr das ergänzen, vielleicht ist das bis jetzt noch nicht aufgefallen. Mir ist es aufgefallen. Das ist jetzt aber schon wieder zwei Wochen her, dass ich das probiert habe, jetzt weiß ich das nicht mehr, welches das war. Aber ihr könnt mir glauben, ein Pikachu fehlt auf der Liste mit den Shinies, vielleicht kriegt ihr ja raus, welches das ist. Dann ist alles so durcheinander gewesen, als ich gedacht habe, ich muss es anders machen. Ich habe mich jetzt hingesetzt und habe mir alles komplett durchgeschaut, habe mir die Bilder, das war ja das Gute, du kannst ja die Bilder hier nehmen und einfach rausziehen. Und habe mir diese Bilder von den Pokémon, die mir fehlen, jetzt rüber in einen anderen Ort nach reingezogen. Habe mir ein paar markiert, manche kann ich entwickeln, sodass die dann doch nicht mehr fehlen. Manche sind hier gelistet, die sind aber noch gar nicht verfügbar, weil die von der Höhentour schon vorgegriffen wurden. Und andere habe ich gesehen, die hatte ich mal, aber habe sie verschickt. Und das kotzt mich am meisten an, aber trotzdem möchte ich euch mit euch jetzt mal die Liste durchgehen, beziehungsweise euch eigentlich nur die zeigen, die ich rausgezogen habe. Denn es geht ja nicht jetzt um eine Shiny-Sammlung, es geht ja wirklich nur darum, welche Shinies fehlen mir. Und ihr habt hier eigentlich wirklich auch alles drin. Ihr seht ja, wenn da Star da sind, jedes einzelne Kostüm ist hier aufgeführt, was es gibt. Das habt ihr bei den Star dann hier, das habt ihr bei Glurak da, das habt ihr sonst was mit Z-Day-Dingern. Das habt ihr auch bei den ganzen Pikachu-Formen. Jedes einzelne kostümierte Pikachu ist hier drin, bis auf das eine, was ich habe, aber hier gar nicht aufgelistet ist. Mal gucken, wer es rauskriegt. Und hier sind natürlich auch die neuen Sachen drin. Pikachu Brandon Head, Pikachu Mayboe. Die konnte man zum Zeitpunkt, wo Tobi mir das geschickt hat, noch gar nicht haben, weil es sie eben noch gar nicht gab, sind aber schon aufgelistet. Jetzt habe ich also diese ganze Liste mir angeguckt. Zack, bin hier bis runtergegangen. Wirklich bis runter. Alle Shinies und von dieser heftig, epischen, großen Liste, bei der ich bis runtergegangen bin. Das hört gar nicht mehr auf. So, warte, kurz Pause, guck, so viele sind das, so viele, die alle, zwischendurch haben manche gar nicht geladen oder haben die Bilder gefehlt, bei Selve, Tobuts und so Zeug. Wir sind gleich bis unten, bis unten. Obwohl, ein Mal ist es mir aufgefallen und zwar, hier die Kürbisse. Die Kürbisse in den verschiedenen Größen plus Weiterentwicklungen sind hier einmal aufgelistet ohne Kostüm, also ohne Mütze und einmal mit Kostüm, mit Mütze. Wurden die nicht an Halloween eingeführt als Shiny mit Kostüm? Nach dem Halloween-Event war das Kostüm weg, die Kürbisse aber auch. Die kann man gar nicht momentan haben als Shinies ohne Kostüm, oder? Weil ich habe gesehen, ich habe jede Größe in der Vorentwicklung und Nachentwicklung mit Hut, mit Kostüm, aber ich habe keinen einzigen ohne Hut. Das heißt, die sind zwar im Spiel jetzt, aber die spawnen ja nicht, die kannst du also auch nicht haben. Die habe ich aber trotzdem jetzt irgendwie weggelassen, aber eigentlich hätte ich auch viermal den Kürbis so und viermal die Weiterentwicklung so auch mit reinziehen können. Aber irgendwie ist das auch blöd und deswegen habe ich das jetzt irgendwie gelassen. Jetzt will ich euch mal hier den Ordner zeigen. Das ist der Ordner. Da habe ich kurz die Bilder einfach reingeschoben mit den Sachen, die mir fehlen. Ihr habt zum Beispiel hier oben ein Pikachu. Ich weiß eh nicht, wie ich euch das zeigen soll. Soll ich das jetzt groß andrücken? Dann ist es trotzdem klein. Dann ranzoomen. Ihr habt ein Pikachu, das kommt jetzt zur Höhentour rein. Das heißt, das konnte ich ja noch gar nicht haben. Das zweite Pikachu hier kommt zur Höhentour rein. Das kann ich nicht haben. Dann haben wir ein Pikachu, das Wrestler-Pikachu. Das fehlt mir. Wer mir ein Wrestler-Pikachu traden möchte, gerne. Ich gebe euch alles. Ich gebe euch alle meine Shinies nur für dieses einen Wrestler-Pikachu, genau. Nein, aber ich spiele ja GBL ab und zu. Aber ich erreiche halt immer Rang 21. Dann geht es um Punkte. Da geht bei mir dann gar nichts mehr. Da habe ich dann auch keinen Bock mehr. Deswegen, ich habe selbst einen Wrestler-Pikachu schon bekommen. Da, wo es eben nicht um Punkte ging und man nur bis Rang 20 gehen musste. Aber ansonsten, sobald es um Punkte geht, bin ich raus. Und nur bei einer vollwertigen GBL mit 24 Rängen gibt es das in Shiny verfügbar. Und es gibt Leute, die haben sogar schon zwei davon und alles. Aber das fehlt mir auf jeden Fall. Das fehlt mir. Wer von euch hat ein Shiny Wrestler-Pikachu? Würde mich mal interessieren. Dann habe ich gesehen, ich war ein bisschen schlambig beim Entwickeln von manchen Dingen. Ich habe zwar mal geguckt, dass ich die Pikachus an sich alle voll habe. Bis auf das Wrestler-Pikachu. Aber mir fehlt einfach dieses Reitschuh mit der Mütze. Was eigentlich nur ein totaler Witz ist. Mit dem Ash-Cap. Mir fehlt ein Reitschuh mit der Weihnachtsmütze. Mir fehlt ein Reitschuh mit dem Hexenhut. Was es an Halloween gab. Mir fehlt ein Reitschuh mit dem Sommeroutfit. Mit Sonnenbrille und Sommerhut. Mir fehlt ein Reitschuh mit dem SS-Cap mit dem schwarzen. Was es da in Erfurt auch mal gab. Dann. Das ist jetzt wirklich richtig scheiße. Bonita. Gala. Bonita. Shiny. Mit Hut. Gab es beim GoFest 21. Problem ist. Immer wenn mein Beutel voll ist. Beginne ich auszumisten. Wenn ich immer sehe. Ich habe 3000 Shinies. Dann schmeiße ich in erster Linie erstmal Shinies weg. Und dann drückst du dich da durch. Und haust sie alle weg. Und dann siehst du so. Hä? Ich habe 10 Shiny Galaponita weg. 6 Stück reichen. Ich versuche immer von jedem Shiny 6 Stück aufzuheben. Egal ob CD-Shinies oder andere Shinies. 6 Stück hebe ich auf. Jetzt sind natürlich die normalen Galaponitas oben gestanden. Das eine einzige mit Hut was ich hatte. Vom GoFest 21. Stand also unten hinten dran. Und ich beginne immer von unten nach oben aufzuräumen. Jetzt habe ich die letzten weggeschickt. Die letzten 4 einfach verschickt. Und habe jetzt genau 6 Galaponita. Aber dieses mit dem Hut ist weg. Und das war schwierig. Ich glaube das war sogar was. Was man raiden musste. Oder irgendwas. Irgendwas war. Es war auf jeden Fall teuer und schwierig da ranzukommen. Und jetzt ist es weg. Es ist weg. Es gibt es nicht mehr. Es ist einfach nur. Es ist. Hat jemand zufällig so ein Shiny Galaponita mit so einer Mütze noch übrig? Dann schreibt mich mal an bitte. Dann habe ich gesehen. Shiny Pichu mit Hexenhut. Habe ich auch nicht. Shiny Pichu mit Sommeroutfit. Habe ich auch nicht. Dann. Jetzt hört es aber wirklich auf. Zickzacks. Gala Zickzacks. Mit Hut. Das Ding. Ich weiß nicht. War auch glaube ich in Raids oder nicht. Oder sonst war es auch. GoFest 21. Ich weiß ich hatte es mal. Aber das gleiche Prinzip. Du hast dann 11. Gala Zickzacks. Shiny seinen Beutel denkst. Ey. Sechs Stück reichen. Schickst die letzten alle weg. Dieser Hut ist nicht aufgefallen. Wenn du das einfach so. Weißer Kopf. Weißer Hut. Ey. Weg ist es. Weggeschmissen. Aber schlimmer war es eigentlich bei dem Bonita. Mit dem Horn und daneben die Mütze. Also. Ja. Also die zwei habe ich mir komplett versemmelt. Das fehlt mir auch. GoFest 21. Mit dem Hut. God of War. Wo ich aber jetzt. Ich habe glaube ich noch nie jemanden gesehen. Der das als Shiny hat. Da bin ich echt sprachlos. Das hast du ein, zwei Mal gekriegt da. Aus der Fotobomb oder so. Das kann Shiny sein. Wirklich. Ist das Shiny. Kennt ihr jemanden, der das als Shiny hat? Also ich habe es nicht. Das fehlt mir auf jeden Fall auch. Da weiß ich aber, dass ich das noch nie hatte. Es aber angeblich halt gibt. Dann haben wir natürliche Gehweier. Kommt ja neu. Zur Höhentour als Shiny. Dann haben wir Maskeregen. Kommt zur Höhentour als Shiny neu. Dann haben wir Schlupo. Kommt zur Höhentour als Shiny. Wir haben Schluckwech. Kommt zur Höhentour als Shiny. Wir haben Kuddel. Kommt zur Höhentour als Shiny. Wir haben Tuska. Kommt zur Höhentour. Wuppa. Jetzt Shiny. It's a Mario. Wir haben Noctuska. Zur Höhentour als Shiny. Dann was total heimlich, still und leise eingeführt wurde. Seitdem die Jahreszeit begonnen hat, gab es die letzten zwei Formeo auch noch Shiny. Das normale Formeo wurde ja mal an einem Quest Day zusätzlich mit eingeführt. Das Regen Formeo ist später mal eingeführt worden. Einfach so. Was gefehlt hat, war das Schnee Formeo und das Sonnen Formeo. Das Sonnen Formeo und das Schnee Formeo wurden gleichzeitig zur Jahreszeit eingeführt. Ein Sonnen Formeo habe ich schon bekommen. Ich habe mich gefreut. Ah, Winter, Winter, Schneid, Kalt, Winter-Events, alles. Eis-Pokémon hin und her. Habe immer gedacht, da kommt bestimmt auch locker ein Formeo in Schnee irgendwo. Gefühlt nicht gesehen. Keine Formeos mit Schnee gefunden. Habt ihr einen Shiny-Schnee-Formeo? Fehlt mir. Dann haben wir hier Kegleon. Ja, kommt zur Höhentour. Dann haben wir hier Trobius. Kommt zur Höhentour. Dann haben wir Relikant. Kommt zur Höhentour. Dann haben wir Shiraji. Kommt zur Höhentour. Dann haben wir Formen von Quaff-Waff. Quaff-Waff. Mus-Su-Ya. Mus-Su-Ya. Also das schwarze, pudelige Ding umfrisieren. Aber halt in verschiedene Ländern. Also dieses komische Blaue. Ich kann euch jetzt auch gar nicht sagen, zu welchen Ländern die gehören. Hier das Gelbe fehlt. Hier das andere Blaue fehlt. Das Rode fehlt hier. Zack. Und das fehlt auch. Wenn wir jetzt aber mal die Sachen rausnehmen, die zur Höhentour kommen. Das ist das, 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 das. Das, 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 das. Also die Sachen, die zur Höhentour kommen, nehmen wir jetzt mal raus. Wieso sind meine Dinger jetzt hier oben weg? Habe ich doch noch gar nicht gelöscht. Keine Ahnung. Ach nee, ich sitze hier unten. Hä? Bin ich jetzt blind oder was? Jetzt ist es plötzlich da. War es nicht gerade nicht da? Oder wie? Ich fliege gar nicht mehr durch. So. Das, was zur Höhentour kommt, ist mal weg. Was ich auch eigentlich wegmachen kann, ist die Hunde. Weil ich habe genügend Hunde. Ich muss sie nur mal entwickeln, beziehungsweise frisieren. Und dann... Ach ja, jetzt habe ich noch was anderes. Und zwar, wenn ich jetzt mein... Wo ist es denn? Es ist hier. Ich hole mal kurz mein Handy rüber. Ich habe mir da nämlich was aufgedingst. Ich habe geguckt. Mir fehlt ein Reitschuh mit Weihnachts-Dings. Dann entwickle ich doch einfach eins. So. Ich habe nämlich zwei Pikachu mit Weihnachtsmütze. Das heißt, ich kann mir einen Reitschuh mit Weihnachtsmütze in Shiny entwickeln. Mach mal. Dann kann ich dieses Reitschuh... Ach, jetzt wird es nicht mehr angezeigt. Dann kann ich dieses Reitschuh mit Weihnachtsmütze nämlich wegpacken. Das ist ein Shiny, aber das sieht man wahrscheinlich gerade nicht. Aber egal. So, das pack mal weg. Was haben wir noch? Wenn ich jetzt hier draufgehe, sieht man es jetzt. Nö. Weiß ich nicht, wieso das so komisch ist. Also man sieht hier die Shiny-Symbole dran. Wenn ich aber draufgehe, ist da irgendwie kein Shiny-Glitzer zu sehen. Das kommt vom Elektro des Zeugs im Hintergrund, aber es ist ein Shiny. Also, Weihnachtsmütze haben wir weg. Ash Cap. Habe ich doch auch eins. Ich entwickle einfach das Ash Cap Pikachu auch noch zum Ash Cap Reitschuh. Dann können wir das eigentlich auch abhaken. Mensch, Marine. So. Und... Was ich auch noch machen möchte, ist... Dass... Hier... Das Sonnenbrillen... Sommerhut Pikachu entwickeln. Und so ein Sonnenbrillen-Sommerhut-Reitschuh auch als Shiny. Obwohl es komischerweise ja trotzdem nicht als Shiny irgendwie angezeigt wird. Also... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was da falsch ist. Irgendwie gammelt sowieso alles hier rum. Jetzt habe ich die fertig. Ach so. Ja, Elezeba ist mir... Stimmt, Elezeba muss ich auch noch machen. Elezeba gibt es ja auch hier mit dieser Halskrause. Jetzt sind wieder Shiny-Symbole dran. Elezeba gibt es mit Halskrause. Kannst du gar nicht entwickeln. Ja gut, dann sind wir ja fertig mit dem. Alter. Können das hier noch wegmachen. Können das hier noch wegmachen, weil wir das auch gemacht haben. Und dann sind das im Prinzip alle Shinies, die mir fehlen. ein Wrestler-Pikachu, ein SS-Reitschuh, ein Hexenhut-Reitschuh. Falls jemand einen Pikachu oder sonst was hat, könnt ihr euch gerne melden. Mir fehlt das Sommerhut-Pichu, das Hexenhut-Pichu. Mir fehlt das Formio. Mir fehlen die drei Dinger vom GoFest21. Wannsäger, so Punita, Gala Punita, Gala Zickzacks und hier God of War und Wrestler-Pikachu. Das ist alles, das ist alles, was mir fehlt. Das ist alles, was mir fehlt, gerade aber im Spiel ist. Icognitos, war da leider nur ein Buchstabe drin und aufgelistet, aber Icognitos, ich schwöre, habe ich alle, die es gibt. So, da bin ich abgedeckt, das passt. Also, wenn, dann müsste man doch irgendwann mal ein Video machen, meine Shiny-Sammlung, dass man das alles sieht. Aber die muss ich noch haben, die muss ich noch haben. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme, aber die muss ich noch haben. Vielleicht hat ja jemand einen Hexenhut-Reitschuh wenigstens übrig. Das ist, glaube ich, noch mit am, ja, mit am normalsten so. So, die Pichus sind schon selten, aber so ein Hexenhut-Reitschuh. Vielleicht hat einer zwei gehabt, hat eins entwickelt, sagt, ach, ich brauche eigentlich das gar nicht. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Ziemlich weirdes, komisches Video, aber trotzdem, das war ein Zuschauerwunsch. Diese Shinies fehlen mir noch. Wie viele Shinies fehlen euch noch? Peace out, vorhaut, euer Ramses. Und ciao.